Liebe Neustudierende, als Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, kurz JLU, freue ich mich sehr, dass ich Sie zu Beginn des Wintersemesters 2021-2022 per Videobotschaft bei uns begrüßen darf. Ob Sie zu den Erstsemesterstudierenden gehören, ob Sie in einem höheren Semester zu uns gewechselt sind oder ob Sie als internationale Studierende oder Promovierende zu uns kommen, seien Sie alle herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Ihre Wahl auf die JLU gefallen ist. Die Erstsemester unter Ihnen beginnen in diesen Tagen einen ganz neuen Lebensabschnitt. Mit all den Hoffnungen und Plänen, die ein solcher Schritt mit sich bringt, aber sicher auch mit der ein oder anderen Sorge. Immerhin gehen Sie diesen Schritt in einer globalen Pandemie. An der JLU sind wir daher froh, dass sich die Lage in Deutschland dahingehend entwickelt hat, dass wir dieses Semester als Präsenzsemester mit Einschränkungen planen konnten. Das ermöglicht Ihnen erfreulicherweise, in Gießen vor Ort Veranstaltungen zu besuchen, das Campusleben zu erfahren, Kontakte zu knüpfen und Stadt und Umgebung zu erkunden. Gleichzeitig bilden digitale Veranstaltungsformate, die sich in den letzten Semestern erfolgreich etablieren konnten, auch in diesem Wintersemester, einen wichtigen Teil der universitären Angebote. So starten Sie beispielsweise mit den virtuellen Begrüßungsangeboten auf unserer Plattform Justus Digital ins Studium an der JLU. Selbstverständlich bleibt es unser oberstes Ziel, die Gesundheit aller Studierenden, Lehrenden und Beschäftigten der JLU zu schützen, indem wir umsichtige Öffnungsschritte unternehmen und unser Hygiene- und Sicherheitskonzept auf dem Campus konsequent anwenden. Ich freue mich, dass sich neben den Erstsemestern auch Studierende höherer Semester sowie internationale Studierende und Promovierende für die JLU entschieden haben und uns einen Teil ihres Karriere- und Lebensweges anvertrauen. Dieses Vertrauen ist uns ansporn, sie alle bestmöglich in ihrem Studium zu unterstützen. Für die internationalen Studierenden und Promovierenden ist unser International Office erste Anlaufstelle für Unterstützung und Beratung rund um das Studium. Das Lokal International, unser internationales Studierendenbegegnungszentrum, bietet vielfältige Angebote, die sowohl für internationale Studierende als auch für Studierende aus Deutschland interessant sind. Einen ersten Einblick in die JLU bekommen alle neuen Studierenden über Justus Digital. Sie finden hier die Begrüßungsveranstaltungen für alle Studiengänge sowie weitere fachbezogene Angebote. Zudem finden Sie Informationen zu relevanten Einrichtungen und Organisationen, wie zum Beispiel zur Studienberatung und anderen Serviceeinrichtungen der JLU oder zum Allgemeinen Studierendenausschuss, Ihrer politischen Vertretung an der Universität. Außerdem erwartet Sie eine Videoansprache der Gießener Oberbürgermeisterin, die Sie ebenfalls persönlich willkommen heißen möchte. Das Motto der JLU ist Neue Wege seit 1607. Vielleicht haben Sie es schon auf unseren Infomaterialien oder auf unserer Website gelesen. Die JLU versteht sich als Impulsgeberin mit über 400-jähriger Tradition. Es ist unser Anspruch, immer wieder über den Tellerrand zu schauen, offen für Neues zu sein und unterschiedlichen Perspektiven einen Raum zu geben. Besonders neue Mitglieder wie Sie beleben diesen Prozess immer wieder, da Sie frischen Wind und neue Ideen in die universitäre Gemeinschaft einbringen. An der JLU gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen, zum Beispiel in den studentischen Initiativen oder den hochschulpolitischen Gruppen. Für fast jedes Problem gibt es eine Ansprechperson, seien das Ihre Mitstudierenden, Ihre Lehrenden, die Beschäftigten in den Serviceeinrichtungen oder auch die Studierendenvertretung in den universitären Gremien. Ich lade Sie ganz herzlich ein, diese vielfältigen Möglichkeiten wahrzunehmen und die JLU für sich zu entdecken. Zunächst aber wünsche ich Ihnen einen guten Start in das Wintersemester 2021-2022 und alles Gute und viel Erfolg für Ihre Zeit an der JLU. – Vielen Dank!